So Leute, die haben mich so provoziert, dass ich jetzt wirklich, ähm, hier in Rage gehen muss, ne? In Rage-Modus, Leute. Das wird jetzt nicht witzig, Leute, denn jetzt geht's richtig ab, Leute, also zieht euch warm an. Hm. Okay, die sind mir ab, das ist gut, ich glaube. Was will der jetzt in der Lobby? Ich könnte mich sogar auf laut schalten, damit die mich hören. Aber nee, hab ich keinen Bock drauf. Der nicht? Ja, oh mein Gott, er hört mich nicht. Scheiße. Ja, ich bin schwul. Oh mein Gott, noch vier Leute, Leute, vier Leute, Leute, nur vier Leute, Alter. Zieht euch warm an, Leute, jetzt geht's los. Ich halte dich nicht so schumm. Oh! 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 Oh, shit. Ja, er ist jetzt auch gesagt. Ja, okay, ich kann mich hin. Mhm. Oh! 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 Es geht's los. Ja, es geht's los. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, es schaffst mich selber. Oh, es schaffst mich selber! Okay, Mann. Oh, mein Gott, Leute. Ja, ich hab Kummer noch vergessen. Was will der jetzt? Mist. Ja, Leute, wenn ich verlieren sollte, dann juckt er mich eigentlich gar nicht. Denn irgendwie... No scope. Oh mein Gott. Danny. Im Sniper-Modus. Oh! Was für Reflexe, Leute. Was für Reflexe. Wiederhole, was für Reflexe. Eat it. Oh, da muss er seine Secondary umbauen, gar kein Kriegscoper, man, Alter. Kann er hier gar nicht kriegscopen, man. Ja, du bist einfach nur schlecht. Oh mein Gott. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichert. Oh, Leute. Gott. Hitmarker. Wäre das gewesen, ey, Leute. Wäre das gewesen. Alter, wieso tepp ich nicht? Das war ein Hitmarker, deswegen messer ich ihn jetzt. Da bekomme ich Hitmarker. Durch die Wand. Wow, ich habe mich mal nicht selbst gekillt. Achtung, feindliche Vorrede. Verbündete Heriot. Ah, ist zu nett, wenn der feindliche Heriot draußen ist, ist mir egal. Der feindliche Heriot draußen ist mir egal. Nicht mit mir, Leute. Ich bin hier der Kriegscoper-Boss, man. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Wow. Scheiße. Ja, das hat sich ja gewonnen. Ich glaube, das war es eigentlich auch mit dem Live-Kommentary. Wie lange eigentlich auch? Ich weiß nicht, ob ich aufhören sollte, aufzunehmen. Gut, Leute, ein Spiel geht noch. Ich bin sowieso nicht der große Sniper. Das war jetzt vorhin gerade zum... Auch viel Glück, Leute. Das muss ich ja mal wirklich zugeben. Deswegen, Leute, machen wir noch ein Spiel und... Ja. Wenn ich verliere, ist mir das eigentlich scheißegal, denn... Keine Ahnung. Eigentlich nicht, aber wenn ich als Sniper spiele, dann kann man das noch irgendwie... ...verstehen. Ich weiß nicht, ob ich das noch nicht verliere, dann kann man das noch nicht verliere, dann kann man das noch nicht verliere. Ich weiß nicht, ob ich alles mit dem ZING bin. Ich weiß nicht, ob ich es schным v Und aus, wie tight! Das war, ich glaube, alleしょ! Zumachen Jetzt geht's los Jetzt geht's los So Jetzt haben wir den Quickscoper Der Quickscoper-Boss Oh Jetzt geht's schon gut los Oh my god, oh my god, I did Marker Oh my god, Headshot Da kommt er ja von hinten Und das wird nicht gemeint Naja, okay, ich benutze jetzt Ich wollte schon eine andere Waffe benutzen, aber Wie gesagt, ist mir scheißegal, ob ich verliere Ich glaube eh nicht, dass ich nur mit Quickscopen jetzt hier irgendwie Was reißen kann Aber ist ja auch egal, Leute, ist ja auch egal Hab dich Oh my god Nein Ich dachte, er wäre tot Achtung, feindliche Vorreise Alter man, blöder Sniper Der hab ich zwar gesehen, aber ich wollte mich erst auf die andere konzentrieren Weil ich dachte, er trifft mich Und der andere hat mich halt leider Dann doch nicht gesehen Und dann bin ich gestorben Alter man, ich bin so schlecht Hab dich Hab dich Loser Da ist jemand, da ist jemand Oh my god Ich hoffe einfach nur, dass die Gegner keine Küste nicht bekommen Gott, dieser verdammte Camper da oben, ey Der macht mir das Leben echt schwer Ha Oh my god Hab dich, ey Kein Lappen, ey Dich auch Was geht denn los Was geht denn ab, Leute Hab ich hier Nein 360 Predator Boom Komm, komm Nein, nein Ah So lange ist die Tür Boah, hab ich eh Alle Headshot Oh Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet Oh my god Ja, ich wusste es, ey Predator-Rakete zum Einsatzbereich So Die haben ist nur weg Achtung Weißliche Vorräte Nein Nein Ah gut Nein Ah Hätte jetzt etwas länger im Zoom bleiben sollen Achtung Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet Wo ist der Wo ist der Hab dich, du Loser Denken auch, die können auch so quickscopen wie ich, Leute Okay Oh, Headshot Through the wall Oh my god, Leute Oh my god Ein neuer Kriegscopper ist wiedergeboren Macht euch bereit, Leute Nein Headshot Okay, der letzte Kill, der letzte Kill Muss unbedingt 360 sein, Leute 360 Boom Boom Oh nein Ah, der hat ne Auf War zwar kein 360 Aber egal, Leute Jetzt war es wirklich Es ist eigentlich 30 zu 16 geworden Nicht was Ähm Ja Ich hab mit der Sniper so gespielt wie mit der OP Okay Und dann würde ich nur sagen Dass ich mich jetzt verabschiede Denn Das Video wird ziemlich lange gehen Also heute der Kriegscopper Boss verabschiedet sich Und ähm Bis zum nächsten Mal Ciao